Von Rojava bis nach Berlin kommunales Leben aufbauen und verteidigen. Im Namen der Jugend Rojavas und der Mobilisierungsplattform für den Widerstand in Afrin rufen wir euch dazu auf, am 3.3. gemeinsam gegen Krieg, Faschismus und Besatzung in Berlin auf die Straße zu gehen. Kommt am 3.3. nach Berlin zur bundesweiten Demonstration für Frieden und Freiheit in Afrin. Kommt nach Berlin, um ein weiteres Mal unserer Solidarität zu dem revolutionären Projekt Rojava Ausdruck zu verleihen. Kommt nach Berlin am 3.3. massenhaft auf die Straße, um ein klares Zeichen gegen die dreckige Zusammenarbeit zwischen dem türkischen Faschismus und dem deutschen Staat zu zeigen. Erhebt euch gemeinsam gegen Faschismus. So wie 1936 es weltweit hieß, No Passaran, so muss es heute auch 2018 ein weiteres Mal heißen, No Passaran. So wie es 1968 hieß, eine andere Welt ist möglich, so muss es heute auch ein weiteres Mal heißen, eine andere Welt ist möglich und dafür werden wir alles, was in unseren Händen liegt, tun. Wir wünschen euch vor diesem Hintergrund Erfolg bei eurer Aktion. Sehr kräftigen, sehr kräftigen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.